Star-Auflauf auf der Fashion Week Berlin, Alessandra Ambrosio, 37, war am Montagabend der Star-Gast auf der Show von Lascana. In ihren glänzenden Rücken-Zweiteiler posierte die Brasilianerin bestens gelaunt für die Fotografen. Daran dürfte auch der 2-0-Sieg der brasilianischen Nationalmannschaft gestern bei der WM gegen Mexiko nicht ganz unschuldig gewesen sein. Ambrosio ist ein leidenschaftlicher Fußball-Fan. Ich fiebere bei jedem Spiel mit, erklärte die 37-Jährige am Rande der Fashion Show. Ich hoffe, sie gewinnen die Weltmeisterschaft. Ambrosio ist das Kampagnen-Gesicht des Bade- und des Smutten-Unternehmens Lascana. Unter dem Motto, your world, your rules, ließ sich Ambrosio in verführerischer Lagerie ablichten und geriet über das Shooting-Regerecht ins Schwärmen. Es war wirklich großartig. Und ich freue mich so, jetzt hier in Berlin zu sein. Für die Brasilianerin ist es bereits der dritte Besuch in der deutschen Hauptstadt. Ambrosio liebt das deutsche Bier. Beim letzten Mal habe sie ihre Tochter Anja, 9, dabei gehabt und auch jede Menge Sightseeing gemacht. Berlin ist wirklich eine tolle Stadt, so die 37-Jährige. Auch wenn sie kein Wort Deutsch spreche, sei ihr die Sprache sehr vertraut. In meiner Kindheit lebten viele Deutsche in unserer Nachbarschaft. Sie feierten regelmäßig ihr eigenes Oktoberfest mit Bier, Dirndl und Lederhosen, erinnert sich Ambrosio. Untertitelung des ZDF für funk, 2017